Ich liebe diese Attacke! Ich liebe sie! Level up! Kaffee! Wow! Dann lohnt sich dieser Mega-Pilz auch! Oder Super-Pilz oder Ultra-Pilz! Ultra-Pilz war das, glaube ich! Der heilt ja 50 Kp! Hier bin ich! Wer bist du denn? Was bist du denn für ein Affe? Kruzimat XXL Das XX spricht sich hier aus wie Kreuz-Kreuz! Kruzimat Kreuz-Kreuz L Diese neuen Kruzimaten sollen hier Schlüsselpositionen sichern! Haha! Jedenfalls sind sie nicht dazu konstruiert zu verlieren! Maximale KP 10, Angriffskraft 3, Verteidigung 1 Sie können wohl zwei Mini-Kruzimaten auf einmal erscheinen lassen! Ach du Scheiße! Außerdem können sie dich mit einem Angriff ziemlich leicht lahmlegen! Wenn wir ihre Angriffe nicht abwehren wird der Kampf ziemlich schwierig! Finde ich ja doof! Das finde ich eher doof! Bäm! Lass das! Das! No 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 no! Multisprung! So, Gummrienchen! Hau rauf! Das reichte noch nicht ganz! Aber beim nächsten Mal bestimmt! Stimmt. Klappt doch ganz gut. Jupp. Hätten wir das auch erledigt. Und wieder davon kommt noch einer. Dass er hier nicht steht, war klar. Hallo. Schlüsselkarte. Kann ich das hier nochmal... Nee, geht natürlich nicht. Na, ihr Fischis. Dann bin ich mal gespannt, wo ich mit dem Teil überhaupt hin muss. Also wir brauchen ein Zahnrad auf jeden Fall. Wir brauchen ein Passwort. Und ich gehe mal hier rein. Ach, hier sind wir. Und Zettel. Reihenfolge der Schalter. Links, rechts, Zettel, Stift. Ich habe ja so ein unfassbar gutes Talent dafür, Sachen zu vergessen. So, Schalter. Links, rechts, Mitte. Nicht vergessen. So, gleich mal gucken, was hier steht. Aktueller Sicherheitscode. Nicht vergessen. So, 014 029. 014 029. Okay, dankeschön. Haben wir ja gleich den richtigen Raum erwischt. Wir brauchen trotzdem noch ein Zahnrad. Möchte mich umziehen. Hallo? Vielleicht ist ja hier die Prinzessin. Oder auch nicht. Oder Fahrstuhl. Nein, 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 nein. Das wagst du dich nicht. Dieser Musikwechsel ist auch so unglaublich gut gelungen. Was macht ihr? Was ist denn? Ach, den kleinen Grün kennen wir schon. Okay. Am besten machst du einen Multisprung. Ja. 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 Oh. Super. Vier hat er noch. Sollte ausreichen. Ja. Sehr gut. So gefällt mir das. Ja. So gefällt mir das. Oh, guck mal. Oh, die... Das ist irgendwie niedlich. Also nicht wie die hier gezüchtet werden, aber wie die darin so rumschwimmen. Guck mal. Ha. Ich hab so ein gutes Auge. Da kann ich mich runterfallen lassen. Dann bin ich aber in dem Raum nebenan, oder nicht? Boah, lass ich mich hier... Oh, ich hab keine Ahnung. Wo lass ich mich denn fallen? Ach, guck mal. Ich lass mich erst mal hier fallen. Hallo. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Attacke! Verdammt. Dann eben nicht. Gumbrina. Verdammt. Oh oh. Gut, nicht angekokelt. Aber Gumbrina, die macht manchmal, was sie will. Also unmöglich, das Mädel. Unmöglich. Dann halt eine normale Kopflos. Zieht ja eh drei ab. Manchmal denke ich auch wunderbar nach. So, her damit. Hier sind noch mehr Zettel. Die wir aber nicht anwählen können. Kann ich dich drücken? Nein. Hier sind wir also. Wir brauchen immer noch das Zahnrad. Ach, er auch noch. Ganz schöne Klopperei hier die ganze Zeit auf dem Mond, ne? Jetzt aber, ja? Bitte. Na also. Gitter. Ach, den einen hättest du doch noch. No. 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 Na gut. Aber so langsam wird das hier doch. Zahnrad. Ich brauche ein Zahnrad. Angst. Aua. Ach, guck mal. Da steht, wie ich lang gehen muss. Da an der Wand. So. Nein. Tut ein bisschen weh, ich weiß. Hier. So. 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 Ganz hoch. Ganz da. Da. Hier. Warte mal. Bist du drin? Ein Schäfchen. Äh. Okay. Ah. Ah. Da, da, da. Da, da, da. Schlüsselkarte. Für was weiß man nicht genau? Auf jeden Fall sind die elektronischen Bodenplatten aus. Jetzt kontrolliere ich nochmal die anderen Räume. Also hier ist der Fahrstuhl. Hier waren wir, glaube ich, nicht drin. Alter. Da ist das Zahnrad. Ich gehe einfach mal an Sachen rein, die ich überhaupt nicht kenne. Ich glaube, das war ein Fehler. Alter, wo bin ich? Wo sind wir denn jetzt? Das hört sich nach Rohlingen an. Nee, Katakomben. Das sind doch die Rohlinger Katakomben. Mit ihrer Technik sind diese Kerle also vom Mond direkt hierher gekommen. Äh. 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 Okay. Ich möchte aber das Zahnrad. Jetzt wissen wir, wie wir zum Mond kommen und wieder zurück. Das ist sehr praktisch. Oh. Ah, wie komme ich da oben ran? Yoshi. Jamie. Hier. Ah. Alles klar. Alles klar. Ich habe es. Ich weiß wie. So. Ähm. Moment. Yoshi. Flieg und... Stimmt, wir haben den Ort verlassen. Die Gegner sind alle wieder da. Äh. Äh. Knurri. Hättest ruhig ein paar Mal mehr machen können. Nein, nicht werfen. Böse. Das war... Das war nicht sehr lieb von dir. Böse. Böse. Ich möchte nur dieses Zahnrad haben. So. Herr damit. Es muss, glaube ich, hier rein. Ja. Nein. Doch. Nein. Gut. Und dann... War das hier? Ich hoffe. Yes. Nee. Geh erstmal einen Schritt näher ran. Oh. Aber die Gegner sind ja nicht mehr da, ne? Warte mal. Ich kann doch einfach Kupio nehmen. Das wäre, glaube ich, einfacher. Der kommt ja daran. Problemlos. Na, mach schon. Hä? Hi, mein Freund. Komm, du hast auch mal was zu tun. So. Okay. Zahnrad. Alles klar. Jetzt können wir definitiv wieder ins erste Obergeschoss. Äh, Untergeschoss. Erste Untergeschoss. Und... Dann können wir das Zahnrad einsetzen. Wir können... Das Passwort eingeben. Und wir können... Was können wir denn? Wir können Schalter drücken. Äh, hier lang. Wir haben noch eine Schlüsselkarte für den anderen Fahrstuhl, ne? Ich glaube, den müssen wir auch gleich dann benutzen. UG1, bitte. Und hier lang. Na... Ha! Bon. Nichts einfacher als das. Zack. Jetzt ruhig ein bisschen mehr abziehen können, ne? Dass ich das jetzt nicht abwehren konnte, ey. Ey. Na gut. Sieben Monat Münzen. Wo hab ich die auf einmal alle her? So. Zahnrad. Wie war das? Ähm. Links, rechts, Mitte. Links. Rechts. Mitte. Wunder. Wieso? Wieso? W-wieso? Hä? Der Kran bewegt sich nach links, solange du A drückst. Oh, nein. Hätte dann nach B gedrückt, um den Kran in Richtung hintere Wand zu bewegen. Ja. Jetzt geh runter. Ach, das war zu kurz. Ach, das ist ja ein süßes Minispielchen. Kenne ich aus meinem Spanienurlaub vor vielen Jahren. Da standen die Automaten überall. Da hab ich ein Glumanda-Kuscheltier rausgeholt. Ja. Das war voll süß. Dankeschön. Wer du lässt das fallen? Wer? Ach, cool. Mal sehen, was das ist. Es lacht so toll. Dieser Orden. Protektor. Was macht der? Schützt Mario vor Vergiftung und Schwindelanfällen. Das ist ja mal geil. Also nächstes Level ab. Ne? Ihr wisst Bescheid. Da werden erstmal die Ordenpunkte aufgemotzt. So, schön auf den Schatten achten. Das müsste jetzt klappen. Ja, wunderbar. Den Sternensplitter lasse ich jetzt mal Sternensplitter sein. Das ist ja nicht so toll. 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 Vielen Dank.